Also wir sind jetzt gerade am Flughafen. Ich hoffe man hört mich überhaupt. Aber oh mein Gott, wir haben jetzt eingeteckt. Wir haben jetzt noch Handgepack und nehmen jetzt noch zwei Stunden Zeit bis der Flug geht und dann holen wir uns noch Was zu essen? Und jetzt. Wir sind jetzt worden. Wir sind jetzt worden, genau. Und wir haben einfach zwei Stunden verspätet. Wir sind einfach 3.20 Uhr, 4.20 Uhr. Kingston ist einfach New York. Dieser Schatten ist einfach New York City. Oh mein Gott. Was müssen wir jetzt noch durchgehen? Immigration. Immigration. Perfekt. Ey weh, unser Koffer ist weg. Ich kann nicht mehr. Nein, das ist nicht weg. Ich bin komplett fertig mit den Nerven heute. Ja. Jetzt muss ich euch was halten. Ja man, also so wirklich richtig schlecht. Ja. 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 Ich muss das machen, bevor es irgendwie unordentlich aussieht. Ja. Aber so groß ist es, ist der Room jetzt nicht. Nee. Das ist fett. Klein aber fein. Deine Lampe ist ein bisschen, oder die eine Lampe ist ein bisschen Trap. Wir haben sogar einen Wecker. Die Aussicht. The View. Wir können sogar das Fenster an. Ja bestimmt. Oh, nach unten würde ich nicht gucken. Ich bin der größte Tourist gefühlt von allen. Aber vor allem, das ist so lustig. Du kannst einfach an die anderen Zimmer reinkommen. Okay. Perfekt. Ich weiß aber, wo im Küche ist oft, die können hier reinkommen. True, true. Aber du kannst ja, das ist ein Blackout-Ding. Das ist ja ganz geil. Ja. Badezimmer. Hier sehr klein. Aber it's alright. Perfekt. Wir sind jetzt auf dem Weg zum 7-Eleven, weil wir Hunger haben und Durst. Da ist Pizza. Ja, ich hab schon Bock drauf. Komm, wir mal gucken. Was ist hier eigentlich erst Left und dann Right? Richtig? Ja. Okay. Ähm, hier. Wo ist es? Da ist 7-Eleven. Wir holen auf jeden Fall jetzt was zu essen, was zu trinken. Dann gehen wir wahrscheinlich schlafen, weil in Deutschland ist gerade so halb vier wahrscheinlich oder so morgens. Ich bin schon ein bisschen müde, muss ich sagen. Wir laufen jetzt zur U-Bahn-Station und von da aus fahren wir dann Richtung Natural History Museum. Eigentlich sollte heute das Wetter nicht so gut sein, aber eigentlich ist es heute ganz nice. Und ich glaube irgendwie, wir haben jeden Tag nichts Wetter. Aber, ja. Wir brauchen jetzt aber erstmal was zu frühstücken. Wir brauchen jetzt zum nächsten Mal. Ja. Wir sind jetzt auf der Suche nach einem U-Bahn-Ticket, weil wir jetzt zum Central Park fahren wollen. Von da aus dann was wischen und dann zum Central History Museum gehen. Wir wurden gerade sehr freundlich von so einem Guide aufwechsam gemacht, wo wir hin müssen. Wir wissen es immer noch nicht so genau. Krass. Das müsste das ja sein. Das ist einfach das Empire Hotel. Aus ganzem. Also ich habe mir ein Sandwich geholt. Mit Tomate Mozzarella und ein Pumpkin Spice Latte. Okay. Und was hast du mir morgen geholt? Äh, Campesino. Komm ab. Sehr kreativ. Und ein Bagel mit Cream Peas. Central Park. Wir haben unsere Tickets. Wir sind. Wir lassen uns mal schauen, wo wir sind. Aber es sieht schon cool aus. Es sieht schon einfach eins zu eins so aus, wie man es so aus dem Filmencamp von so aus dem Flug steigt. Ja. Da hoch, oder? Da hoch? Ach, da hoch. Ja. Boah, es ist richtig kalt hier. Der Blick hat gar nicht, wie wir sind. Ich finde es hier. Lass uns einfach mal da hochlaufen. ... ... ... ... ... Das ist einfach der T-Rex aus Nacht im Museum Wir sind jetzt in Bryant Park Und es sieht wirklich süß aus Und das Wetter ist auch viel besser geworden als vorher Perfekt Geistbrei, das ist so schön Der Food Ich freue mich aufs Essen Einfach in der Public Library Und jetzt was Essen? Das ist so schön Okay, wir gehen jetzt in den Sephora rein Es ist kalt Und jetzt ist es kalt Ich finde, die riecht einfach so richtig gut Okay, wir waren gerade auf dem Weg zu Wir machen Body Roast Aber wir haben uns jetzt offensichtlich nochmal in Grand Central Station reinzugehen Weil, wenn wir schon mal da sind Aber wir werden wahrscheinlich nochmal hinbekommen Oh mein Gott, das sieht so aus wie bei Gossip Girl Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Einfach genau da hat Gossip Girl Und wir sehen uns wieder auf dem Weg Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Oh mein Gott, ich gucke es Ich sehe wahrscheinlich ein bisschen fertig aus, not gonna lie, meine Haare sind so platt wie sonst was, ich ziehe die auch die ganze Zeit nur so hinter meine Ohren. Ja, wir sind jetzt gerade auf so einem randomen Platz in Soho, ich habe das gar nicht erzählt, aber ich habe mir ein bisschen eine Erkältung geholt gestern, also ich habe schon gestern gemerkt, als wir geflogen sind, aber davon lasse ich mir gar nicht die Laune vermiesen, ich bin sehr oft erkältet. Wir machen hier gerade noch eine Pause, es ist echt, also wir haben jetzt gerade halb sieben oder so, das heißt in Deutschland ist gerade so halb eins nachts und ich merke den Jacketlight gerade echt krass, aber ich pushe da jetzt durch, aber wir haben eine Bakery oder so, was nennt sich The Flower Shop gefunden, also Flower wie Mehl und ich wie Blume und da wollen wir auf jeden Fall nochmal gleich hingehen und dann sitzen wir uns wahrscheinlich auch irgendwo hin, dann essen wir noch was zu Abend und so, dann gehen wir zum Times Square. Ja, aber heute war schon ein erfolgreiche Tag, was würdest du den Tag heute raten? Oh, ich weiß ja nicht, wie die anderen Tage das werden, jeder Tag ist ein Ten out of ten. Ja, Ten out of ten, ist schon krass. Ja, eigentlich ist man in der Grund gar nicht schön krass, so, aber hier, was ist eigentlich in der Straße, wo du runtergeguckt hast? Ich wollte gucken, ob es da offen ist und du weißt, es auch von sehen kannst, aber da ist dann irgendwas um die Pferdstraße. Ja, okay. Wann öffnet es denn? Morgen um zehn. Aber da müssen wir auf jeden Fall hingehen. Ja, ne? Das müssen wir uns merken. Wir sehen uns wieder die Video-Quality on Point. Nachts. Wir fangen jetzt auch an in Times Square und essen eventuell noch was Richtiges zu Abend oder was Kleines. Wobei, die hatten jetzt gar nicht so viel Hunger gerade. Aber vielleicht sollten wir schon noch eine sehr Stunde vorwärts Bett gehen. Ah, Gott. Ich weiß nicht, wo ist es hier? Die hatten uns satt. Ich weiß nicht. Ich hoffe. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe mir gerade noch Pommes geholt, weil wir haben ja nicht wirklich was abgegessen. Und ich esse jetzt aber erst im Hotel. Oh mein Gott! 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 Oh mein Gott!